Musik Die Kooperation ist ungefähr vor einem Jahr entstanden, das heißt die Idee, als wir uns zusammengesetzt haben bei einem, ja eigentlich ein Abendessen, wo wir gesagt haben, wir müssen mal schauen, was wir jetzt zusammen machen. Guido wollte das gerne, Guido kennt schon Dupont eigentlich sehr, sehr lange. Die Farbgebung, die Farbgebung war im Prinzip Guidos Welt. Das sind auch die zwei Teile, die hier zusammenkommen. Wir haben ja wirklich gesagt, das ist die Kreativität von Guido und die Handarbeit und die Materialien von Dupont. Ja, also die Kollektion in diesem Jahr ist Solisombe, also Licht und Schatten und ich bin ja jemand, der sehr eng verbunden ist, auch mit Garten und meinem Zuhause. Und ich war in meinem Haus auf Mallorca und wenn ich wirklich was vermisse aus meinem Haus in Mallorca, ist es der Pool. Ich vermisse das Wasser wahnsinnig hier in Berlin. Und deswegen dachte ich, ich würde gerne einen Stift machen, der mich immer hier daran erinnert, dass ich einen Pool habe und dass es schön blau ist und dass ich in der Tasche auch den Stift finde. Und ich wollte keinen schwarzen machen, sondern ich wollte einen Stift haben, der so frei ist, den Männer wie Frauen tragen können, der mich erinnert an diese wunderschönen Wellenbewegungen. Und ich finde den so leicht. Der hat was sehr Leichtes, Frisches und Zeitlos.